Herzlich Willkommen liebe Freunde zu diesem kleinen Informationsvideo. Ich möchte euch ganz herzlich einladen am Sonntag, diese Woche, zu einem Livestream bei NerdstarTV. Alle wichtigen Informationen stehen hier auf dieser Seite. Ihr geht einfach auf twitch.tv slash nerdstar.tv oder auf deren Facebookseite nerdstar.tv. Dort ist auch eine Verlinkung zu deren Twitchkanal. Die beginnen am Samstag, der 13.08. ab 13 Uhr einen 33-Stunden-Stream. Und ich werde dort zu Gast sein, aber erst ab dem Sonntag um 14.30 Uhr gibt es Tischgeflüster. Das ist ganz nice. Da gibt es also ein Thema, über das gesprochen wird, das aus der Community gegriffen wird. Und darüber wird sich dann unterhalten. Das heißt also, es ist ein interaktives Thema mit euch zusammen. Um 16.15 Uhr gibt es dann das Spiel Wer bin ich? Ganz einfach, man kriegt einen Zettel auf den Kopf und muss erraten, wer man ist. Das kennt man ja eigentlich. 17.25 Uhr gibt es dann die Nerd Arena. Dort wird FIFA gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch mit der Community sein wird oder nur mit den Studiogästen. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber könnte auch sein, dass es mit der Community ist. Also ein Grund mehr, um einzuschalten. Ja und um 18.30 Uhr dann Stadt, Land, Nerd. Wer das Spiel Stadt, Land, Fluss kennt, kann sich vielleicht schon so ein bisschen was darunter vorstellen. Was es mit dem Nerd dann auf sich hat, das erfahrt ihr dann natürlich am Sonntag. Also, wer nicht einschaltet, verpasst was. Sonntag, 14.08 Uhr ab 14.30 Uhr ist der Darmu zu Gast bei Nerdstore. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn so viele wie möglich aus meiner Community dort mit einschalten würden. Mich grüßen, ich werde euch grüßen. Das wird bestimmt ein ganz, ganz toller Stream. Also, so viel dazu. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag. Macht es gut!